Hallo, Willkommen bei Darninord Gaming. Wir spielen in Heretic die dritte Episode Dope Sparrel. Und die heutige Map ist die Map nach dem Secret Level. The Ophidian Lear, also E3M5. Ok, wie der Name schon sagt, ist das wohl die Map der Ophidien. Das sieht man, wie Feuer noch auf dem Fall. Beide weiter rum. Oh, I don't know, ich schiebe hier. Das war's für heute. Ich wollte das ganze mal ein bisschen ausdünnen. Das ist ganz toll. Also auf jeden Fall an allen Seiten. Das war's für heute. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was hat er hier? Geschmissen. Noch nicht zu bändlich, allerdings. Dazu müssen wir offensichtlich anpassen. So, jetzt ist es hier. Achtung! Das war's für heute. 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 Und... 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 Das war's für heute. So, das war ein wichtiger Schalter. Ja, wir werden noch sehen, warum. Ja, wir werden noch sehen, wenn ich die hochfragen würde. So, das scheint schon der Exit zu sein. Oh, ich will noch ein bisschen töten. So, 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 ich will noch ein bisschen töten. Ja, das war's. Das war's für heute. Was habe ich übersehen, ein Schalter? Wie wird das getriggert? Das war's für heute. 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 Das war's für heute.